Wann? Wann hört es endlich auf? Wann lässt mich dieses Spiel endlich in Frieden? Elden Ring. Jeden Tag nur Elden Ring. Aber wir wollten es natürlich auch zum Ende bringen und ja. Das Spiel, das mich brechen könnte, wurde noch nicht entwickelt und es wird es wahrscheinlich auch niemals geben. Weiter geht's. Jetzt hat er gerade runtergeheatet. Der Schrei war zu kalt. Vergiss es einfach, Kollege, das ist hier keine Fortnite-Lobby. Du kämpfst hier gegen einen mächtigen Elmfürst. Das sieht ja schon wieder verdächtig nach dem Bosskampf aus. Oh mein Gott, was ist das denn? Ein Suppenkessel? Da steht einfach nur absolut Lust rum. Dann erlösen wir ihn nochmal von seinem Elend. Okay, hat er eine Wokfeu in der Hand? Würde er das jetzt kochen? Oder ist das so ein Schlitten? Haben wir dich beim Schlittenfahren gestört? Wow, wow. Der kam unerwartet? Ah, was ist das denn? Ist das sein Sohnbrennen? Werft er jetzt sein Sohnbrennen auf uns? Das totsche ich doch hier hinter. Lass dir was besseres einfallen, Kollege. Wow. Bisschen ganz. What? Halbtot? Jetzt ist die Frage, wie komme ich da mal ran? Angriff ist die beste Verteidigung. Rauf auf die Warde. Der kleine Warnbeißer. Oh Mann, einfach alles an dem Warnbeißer. Der hat auch gar keine Eier. Dann kann das sein. Ich habe da nichts gesehen. Da wäre ich glaube ich auch ein bisschen akkur, wenn ich überhaupt kein Gehänge hätte. Oh, aber dafür kriege ich die Respekt-Schelle. Rückhand. Ah. Mein Gott. Lass mich nicht treffen. Sei so fair. Geh auch langsam den Trecker aus. Jawoll. Er transformiert jetzt doch schon wieder, oder? Jetzt ist er sauer. Uh. Ja, ich glaube, das solltest du dir von Arzt nochmal durchchecken lassen, bevor du es abbrennst. Oh. Der schmeißt es jetzt weg. Und was machst du jetzt damit? Mmh. Es war so klar. Ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll. Aber eigentlich kann er nicht mehr so schnell sein. Jetzt fehlen wieder Beine. Er hält auch gar nicht mehr so viel aus. Den kriegen wir doch für das Try hier. Den kriegen wir doch für das Try. Das wird... Was hat der Junge gegessen? Oh mein Gott. Autsch. Nimm die Eier reintreten. Das war knapp. Oh ja, das war es jetzt mit meinen Halt. Geil. Sam ist nicht mehr witzig. Oh. Oh. Die Spannung steigt. Sind wir jetzt am Ende der Reise angekommen? Schmiede der Riesen. Was das? Hä? Das ist es? Dafür der Kampf? Können wir da runter? Mal ohne Scheiß. Bau habe ich gekämpft. Hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts.